Nächste Ladung Pommes, Leute. Die Kartoffeln hier schmecken anders lecker, wirklich anders lecker. Das Brot kann nicht vermöglichen. Aus Kaisere, Leute. Hey Leute, und willkommen zu einem neuen Video aus Kaisere. Kaisere, 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 Kaisere. Willkommen zu unserem ersten Vlog aus dem Urlaub, und zwar aus Kaisere. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Stadt, bzw. wir sind auf dem Weg zum Friseur. Ich bekomme nämlich wieder eine Keratin Haarglättung, das mache ich schon seit mehreren Jahren. Jetzt sind aktuell wieder meine Locken komplett da. Und ja, ich weiß, wie viele Ländler in seinem Vlog sind schön, weil er noch blablabla. Ja, Leute, viele Locken auch schön, aber ich finde es nicht einfach zu pflegen. Und glatte Haare, das finde ich einfach, sind einfach unkomplizierter. Und deswegen lasse ich mir wieder eine Keratin Behandlung machen. Ich werde euch auch versuchen, dabei ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen was zu erzählen. Er wird das Auto waschen gehen, glaube ich, und mit seinem Fahrrad in die Werkstatt. Genau, ich glaube, ja, Auto waschen und Sanai, das sind so Werkstatt, da machen die alles quasi. Da wollen wir hin, da wollen wir ein paar Sachen machen. Das zeige ich euch dann auch dann später. Und eventuell oder hoffentlich werden meine Brüder heute eine Augenlaser-OP bekommen. Also die sind auch heute angekommen mit meinem Papa und Musti, also mit meinem Kumpel. Und ja, wir sind hier wegen einer Augenlaser-OP. Ich hatte ja auch eine vor zwei Jahren. Ich habe es noch nicht hinbekommen, das Video dazu zu schneiden. Aber ich dachte mir, wir könnten ja die Chance einfach mal nutzen, wo wir jetzt live wieder dabei sind, das bei meinen Brüdern ein bisschen euch mitzunehmen und zu zeigen, wie das abläuft und so. Ich habe jetzt auch schon Musti beauftragt, dass er den Vlog starten soll für uns, weil wir jetzt bei den Kontrollen erstmal nicht dabei sind. Das wird er bestimmt super hinkriegen. Du bist ja jeden raus an der Stellarmusik. Nein, danke schön. Und wir werden dann auf jeden Fall, wenn nachher die OP tatsächlich stattfinden kann, dann auch dabei sein und danach und dann, wie gesagt, führen wir einfach ein bisschen mit. Das ist der Plan für heute und ja, bleibt einfach dran, würde ich sagen. Und abonniert natürlich den Kanal. Genau, Leute, ganz wichtig. Und folgt uns auch bei Instagram. Auf jeden Fall. Wir sind nämlich auch sehr aktiv in unseren Storys. Da seht ihr natürlich immer früher, was wir machen und wo wir sind und alles. Und deswegen freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt auf jeden Fall dran und wir sehen uns später wieder. Wir sind jetzt beim Friseur. Ich lasse jetzt Rabi ab. Ich frage aber kurz, ob die meine Haare auch mal schnell waschen, weil ich habe es nicht geschafft zu duschen. Dementsprechend sehen meine Haare auch aus. Wir sind jetzt beim Friseur. Es ist extrem voll. Ich habe jetzt in Kaiser das erste Mal voll getankt. Hat Milch 60,50 Euro gekostet. Ja, das waren knapp 44 Liter. Benzin 95 Oktan. Der Liter kostet hier zwei Täler 30. Ich warte jetzt auf meinen Schwager und meinen Vater. Die sind noch zu Hause gewesen. Die wollten aber auch gleich los. Zu Sanae. Also da, wo die ganzen Werkstätten sind. Ich wollte ein paar Sachen vielleicht lackieren lassen an dem Auto. So Leute, wir sind jetzt hier in Sanae. Einfach voll mit Werkstätten. Das ist hier gerade gar nichts. Das ist hier die eine Seite nur. Eine Straße sage ich mal so. Das geht einfach weiter Leute. Überall sind einfach Werkstätten. Die sind auch quasi so Fachwerkstätten, sage ich mal so. Eine Werkstatt macht quasi nur Motoren. Eine Werkstatt macht nur so Lackiererei. Eine Werkstatt macht nur Karosserie. Und das sieht hier so krank aus. Die machen wirklich alles. Was ich vorhabe, ist das hier auf Hochlandschwarz zu lackieren. Und das ist ja hier serienmäßig nur auf Hochlandschwarz. Aber ich möchte, dass das auch hier auf Hochlandschwarz lackiert wird. Ich will halt nachfragen, wie viel das kostet. Und ich habe mir noch so einen separaten Diffusor gekauft. Der werde ich auch auf Hochlandschwarz lackieren. Und das kommt dann separat auch hier hinten ran, Leute. Hier sind safe, safe mindestens 500 Werkstätten auch nebeneinander. Da fährst du die Straße hier rechts runter. Das ist noch eine Straße, so wie hier. Da sind die Werkstätten auch wieder nebeneinander. Und da fährst du noch eine Straße weiter. Genauso sind die paar hunderte Werkstätten nebeneinander. Hier ist schon sehr krass und nice. So Leute, es sieht wunderschön aus. Ich warte jetzt 45 Minuten, bis dieses Mittel einwirkt. Ich war gerade auch schon ein bisschen draußen. Wie ihr gerade gesehen habt, die Haare wurden draußen glatt geföhnt. Und jetzt werden sie noch geglättet. Wir haben einfach Hebelbinde, die einfach draußen steht. Geil auf jeden Fall. Genau das, was für mich, Leute. So was liebe ich, ne? Tofas, Sahin. Beste. Hier, Leute. Genau das, was für mich. Ich fahre jetzt Rabi abholen. Sie ist zwar noch nicht fertig, aber ich fahre erstmal hin. Und ja. Dann holen wir die Jungs ab und meinen Schwiegervater und so. Und dann geht's ab zum Augenarzt. Ich habe jetzt meinen Diffusor abgegeben. Der Typ hat gesagt, es würde 250 TL kosten. Das ist glaube ich 14 Euro oder so. Ich hole es dann am Montag ab. An der Stoßstange, diese Stelle, die habe ich sein lassen. Weil der Typ hat gesagt, die Stoßstange muss abgebaut werden und so. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich bin jetzt da, Leute. Ich lasse meine Haare auch glätten. Solange noch Rabis Haare gemacht werden, die ist da hinten. Nutze ich die Zeit und bearbeite das YouTube Video noch weiter. Hier auf ganz entspannt. Und ja. Ich habe mir noch was zum Snacken geholt. Einmal hier Fuse Tee. Wassermelone. Und einmal Changa. Changa, Changa, Changa. Da hinten ist die Leute am Handy. Das ist wirklich Leben, Leute. Einfach Leben, Leben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Einfach nur genießen. Kein Stress. Auch im Urlaubwörter Garg hat Videos geschnitten. Videos produziert. Diesmal, um uns zu unterstützen, um uns zu motivieren. Passt jetzt ein Abo da, Leute. Damit motiviert ihr uns extrem, Leute. Auch die Kommentare. Die motivieren uns krass, Leute. Wenn ihr nette Kommentare schreibt. Danke für euren Sport. Liken auch nicht vergessen, Leute. Es geht raus. Und dann bearbeitet einfach im Garten. Tadaaa. Look at my hair. Ey, wie krass glänzen die aber auch. Also Leute, ich saß jetzt gerade fünf Stunden beim Friseur. Fünf Stunden. Und die haben wirklich Strähne für Strähne geglättet. Strähne für Strähne. Das war... Die habe ich wirklich extrem Mühe gegeben. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich muss die Haare morgen auch glätten. Und die meinten, ich kann auch vorbeikommen. Das Leben erstellt die Haare nochmal rüber glätten. Und in zwei Tagen darf ich sie dann waschen. Ich muss ja jetzt schon mehrere Male machen lassen. Ich bin gespannt, wie das Endergebnis ist nach dem Waschen. Das ist ja das Wichtige. Dass sie jetzt schön aussehen, bringt mir ja nicht viel. So werden sie natürlich nicht aussehen. Aber zumindest so ähnlich. Also einfach glatt. Das Ganze hat jetzt 2000 Teller gekostet. Ungefähr 110 Euro. Also nur das Glätten. Und dann habe ich mir noch ein Shampoo dazu gekauft. 250 Milliliter. Was 330 Teile gekostet hat. Denn pipapo. 18 Euro. Das sorgt halt dafür, dass auch diese Glättung länger hält. Und genau. Dann nochmal 200 Teile für ein bisschen Spitzen schneiden. Das sind ungefähr so 10 Euro oder so. Genau. Dafür, dass ich nur einmal im Jahr oder so zu Prozern gehe. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also im Summe hat das jetzt glaube ich um die 140 Euro gekostet. Schnitt, Glättung und Shampoo. Ich bin super zufrieden Leute. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg und holen meinen Papa, meine Brüder und Musti. Also den Kumpel ab von meinen Brüdern. Es geht nämlich zur Augenlaser-OP. Es hat alles mit den Kontrollen nur geklappt. Musti hat wohl auch aufgenommen für euch. Also wir werden zu dieser Augenlaser-OP aber ein separates Video machen. Wir werden das hier nicht mit den Vlogs vermischen. Das wird dann wahrscheinlich auch erst online kommen. Schätze ich mal, wenn wir wieder zurück zu Hause sind. Das hat keine Eile Leute. Genau. Das hat keine Eile. Also wir machen das jetzt nicht irgendwie, dass die Augenlaser-OP jetzt nach diesem Vlog direkt kommt, bevor der nächste Vlog kommt. Darauf achten wir jetzt nicht. Wir begleiten die jetzt zur OP. Werden euch aber nicht viel zeigen. Ja, eigentlich fast gar nichts. Weil wir dann alles parallel für das Augenlaser-Video aufnehmen werden. Wir sind jetzt im Krankenhaus. Wie gesagt, die OP und alles zeigen wir euch in einem separaten Video. Aber ich finde es gerade irgendwie total lustig, dass Musti hier einfach im Baderraum sich einen Kaffee gönnt. Darf man das überhaupt? Tja. 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 Manchmal einfach nicht fragen, ne? Wir sind jetzt aus dem Hotel raus. Haben jetzt meine Brüder, Baba und Musti, alone gelassen. Die Schmerzen fangen langsam an. Also die Schmerzen gehen langsam los. Und es kann wirklich niemand nachempfinden, der das nicht durchgemacht hat. Es ist wirklich sehr schlimm. Ich hoffe, die werden einfach direkt einschaffen. Werden nicht viel mitbekommen. Und dann ist alles vorbei. Wir sind jetzt nochmal in der... Also das Hotel ist jetzt direkt in der Stadt. Wir essen jetzt was. Und dann gehen wir zum Massakerland. Das ist so was... Was ist das? Freischießen. Wie so was wie Freischießen, Alter. Aber das ist... Ja, sowas wie... Nein, sagen wir mal Heidepark in ganz, ganz low und ganz, ganz klein. Wir sind auf jeden Fall happy, dass alles super geklappt hat. Jetzt hoffen wir nur noch, dass die keine Schmerzen haben in Ruhe schlafen. Alles wirklich sehr detailliert. Ich habe mir das Video noch nicht ganz angeguckt, aber Musti hat mir schon die Videos gezeigt, wo er wirklich jede einzelne Kontrolle aufgenommen hat. Wo im Warteraum, in den einzelnen Untersuchungsräumen... Ich durfte mit, Leute, ich durfte mit in den OP-Saal rein. Ich erzähle da zwar nicht viel. Ich war eher dabei, so meinen Bruder ein bisschen zu beruhigen. Aber ihr seht zumindest mal, wie sowas abläuft, wie lange es dauert. Also bleibt gespannt. An alle, die Interesse an einer Augenlaser-OP haben. Und vielleicht vor allem auch in der Türkei, ne. Es ist halt einfach günstiger. Und es ist top. Es ist wieder soweit. Es gibt Chiköfte, diesmal mit Chips noch drin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Doritos Chips, dazu Ayran. Jetzt ziehen wir uns jetzt richtig rein. Moja, wisst ihr, dass ich in der Türkei bin? Verstehe ich nicht. So, wir holen uns jetzt hier im Masakalan, Eilenje Demiasse, eine Karte und laden sie auf. Und jetzt gerade ist es bei der Türkei. Ebenzeit waren die ein bisschen Öl. Ah, das macht Spaß. Wir sind gerade bei Masekaland, Leute. Und wir fahren gleich mit Babi, das hier. Und auch die Kinder. Scheiße, dass die so langsam fahren, Alter. So lauer, Alter. Auf jeden Fall müssen wir hier einfach nur hier unten Gas geben und lenken. Und dann fahren wir hier einfach um die Türkei. Ja, und Mara durchgedeckt. Los geht das lassen! jurisdictions geht's nicht. Und Тогда geht's sonst weiter. Denionen Regen wird. KleinMachen Luke mal. Ja, kommt endlich. Jetzt holen wir uns noch Maiskolben, ganz standardmäßig, schön mit Salz, gekochte Maiskolben, love it. Da gibt es auch einen Becher, werden wir die Tage schon auch noch essen, aber jetzt haben wir gerade Bock darauf. Good morning in the morning, Leute. Hallöchen Leute und wir kommen zu einem neuen Tag jetzt ganz offiziell. Ich habe ja vorhin schon das Frühstück aufgenommen und den Kaffee, den wir uns gerade gegönnt haben, bei Erdans Großeltern, da waren wir nämlich gerade. Jetzt sind wir auf dem Weg nochmal zum Friseur. Der Friseur geht nämlich nochmal über die Glättung einmal rüber, damit das auch richtig schön einzieht. Könnte ich auch alleine zu Hause machen, aber er meinte, ich kann auch gerne vorbeikommen. Das mache ich natürlich, damit es einfach professioneller ist. Morgen werde ich dann die Haare waschen und bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich hab noch nicht gesagt. Ich werde ich dann hier lip fearful, wenn ich etwas gesehen habe. Ich bin da an die Frau, ich bin da gesehen. Ich bin da ein bisschen zu oft. Wir wissen ja. Mein Koch ist die Frau, wer ist das Ding? Wir lieben die Frau, die Frau sind das Geburt. Ich bin da sie, die Frau sind das. Wir lieben die Frau, verdadeir Räume, die Frau sind das Geburt, So Leute, wir gönnen uns jetzt hier unseren Lieblings-Dürrüm. Wir haben gerade eine ganz kurze Diskussion. Erden gönnt sich ein Undertype. Der ist, Leute, zum Vergleich, Jan-Jana. Ja, der ist ein bisschen größer. Und hier haben wir die Snooki's hier angetroffen. Den Augen geht's blendend, Leute. Das Video kommt, wie gesagt, separat online. Leute, wir sind hier gerade am Kaisere Medan. Wir werden kontrolliert. Heute ist Recep Tayyip Erdorn hier zu Besuch. Und deswegen ist es extrem, extrem voll hier. Die zweite Sicherheitskontrolle, Leute. Da, wir sind da hinten, Leute. Baunschlange. Was ist ja eigentlich wegen Tatschen und so. Sicher, dass du nichts dabei hast? Ja. Leute, wir sind hier gerade in einem Gardinen-Laden. Die Jungs mitgeschleppt. Sieht ganz schön süß aus hier dran. Ich habe mir jetzt Gardinen ausgesucht. Also für die Seitengardinen. Dann habe ich mir diese Farbe ausgesucht. Und ja, jetzt gehen wir aber auch bei der... Jetzt sind wir wieder in Kappalachasche. In Kaisereswoll. Kaiserswoll? Ist doch Kaiserswoll. Ach so, ich dachte, das heißt, wir sind Kaiserswoll. Nein. Kaiserswoll-Kapp. Nee, ein bisschen... Es geht ein bisschen nach da. Natürlich, hä? Es geht ein bisschen nach links. Natürlich, das ist gut. 35er, ne? Dann werden die anderen aus Vortrahmen. Der Pizze auch so an wie 35er. Ja, aber. Was ist mit der Cap, Leute? Ey, Schatz, du musst die hier holen. Spiderman-Caps. Hama yakushir. Yakushir. Du mit den Locken. Ich komme nicht klar. Aber eigentlich geht es so, ne? Beim ersten Date, wenn ich so komme... Dreh dich mal bitte rum. Dreh dich. Ich reiche ein bisschen kindisch, aber naja. Dreh dich mal rum. Aber... Was sagst du noch? Ich glaube, auf deinem Frisch. Hä, nein, ist schräg. Damit ihr schon mal wisst, dass meine Fake-Lehrer... Haha. Ich versuche jetzt von der Seite, Leute, hier in mir eine Dattel zu ergreien. Und sonst... Nein, Mann, das ist dir nicht... Frag doch nur... Frag ihn, ob du darfst. Ich erkenne mich nicht. Ja, Allah. Das ist okay. Hey, ja. Heute besonnen Angebot. Ungerechnet 1,20 Euro. Stark. Hä? Was? Ich sag mal, ich kann mal... Ich kann mal... YouTube-Akollet haben. Oh, ich kann mal ein bisschen... Ja. Wir kennen, oder? Oder man hat eine heile Kosmet-Lehrer... Ja, Mann. Heile Kosmet-Lehrer... Heile dich nicht. Ja, ich kann mal... Ja, ich kann mal... Das war, ich sag dich. Ja? Ich sag dich. Die handeln jetzt einfach... Die handeln wegen dem Preis, Leute. Von anderen... 10 Yen. 10 Yen. 10 Yen. Okay? Die Preise nennen. Dann rechnen die immer mit dem Taschenrechner. Manchmal ist es einfach nur ein Pulli, ein Preis... Und die tippen es einfach in den Taschenrechner richtig random ein. Und mein Papa hat einen Witz rausgemacht, hat einfach das Handy genommen, hat einen anderen Preis in den Taschenrechner eingeben, hat gesagt, nee, mein Rechner sagt das und das. Und dann haben sie gerade über die App Chooser den Preis bestimmt. War auf jeden Fall lustig. Ich weiß, es ging um 50 Teller, das sind hier, keine Ahnung, was ist das? 3 Euro oder was? Ja. Einfach nur so, just for fun. Come on, Maabji. Come on, come on, come on, come on, come on. 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 Stark. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. 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 Gib den Jungen auch. Gib den Jungen auch. Wie süß. Teilaktivation mal. So, Eren ist jetzt hier bei KassetCLC und lässt sich eine SD-Karte mit Nostalgie türkischer Mucke machen. Hoppa. Jetzt ist Zeit wieder für Medien. Ich könnte so etwas niemals probieren, aber zeig mal. Das ist die Muschel, das Fleisch. Der Ritz ist Reis. Boah, Alter, das sieht aus wie eine Schnecke, die gibt. Lecker? Musst du, die gönnt sich auch schon längst? Findet ihr nicht, dass das so eklig aussieht? Findest du nicht, dass das so eklig ist? Kommt eklig aus, nein. Lecker als... Da ist ja auch ein bisschen Muschel an meinem T-Shirt. Wir chillen kurz noch im Zimmer und die machen hier jetzt einfach mal ein paar Liegestützen. Das war eine große Pause. Das ist aber eine große Pause, Kollege. Leute, die Challenge geht übrigens so, man macht eine Liegestütze, steht dann wieder auf, dann macht man zwei, steht auf, drei, steht auf, vier, steht auf, bis zehn. Mach weiter. Sie ist jetzt bei drei. Ich schwöre bei Gott, von 20 Frauen macht das vielleicht eine so. Vier. Schier. Und zwei, so kommen sie, weg und zu Dortmund. Wie viele habe ich jetzt? Sechs, ne? Jetzt bist du bei sechs, ja. Ja, ich habe jetzt sieben gemacht, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, aber... Oder auch, wenn man unsauberer macht, komm mal bis sechs, ne? Ja, normal, Digga. Ja, ich sag, komm mal erst bis acht, ne? Digga. Was macht sie da? Aber das ist schön, ich bin normal. Schaffst du? Ja, hab ich acht. Schaffst du? Jetzt noch oder nicht? Ja, nicht noch. Aber wenn dein Körper gerade gut auf Funken. Wir haben ein paar Sorgen, dann glaube ich auch. Warte, ich mach mal. Nein, das war das heute auch immer nicht, ne? Der Körper sieht auf anderen Seiten. Boom. Ey, du. Ja, aber wie viel hat sie jetzt gemacht? Ich glaube, neun hat sie jetzt, gerade. Du sollst jetzt bei zehn. Ja. Ja, du schaffst es dir selbst, ne? Warte, ich weiß nicht, wenn ich so eine Form so mache wie dir... Ja, aber dann mach die letzten Frauen, die ich jetzt erzähle. Nein, wein. Nein, ich mach erst mal, bis ich kann nochmal. Der hat angefangen wie ein Mann, hört auf wie ein Mann. Warte, das soll mal jemand nachmachen. Warte, lass mal das Bandrück machen gehen. Los, abde, die letzte zehn. Warte, lass mal jemand nachmachen. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hat es geklingelt? Stabil! Es hat geklingelt, es hat geklingelt. So, Muszi, was sagen Sie dazu? Strammeleis, Mata. Wirklich, Respekt. Leute, ihr habt es gesehen, ich habe bei drei, also ich habe einen gemacht, also ich habe erstmal eine Liegestütze gemacht, dann habe ich aufgestanden, habe zwei gemacht und dann meinte ich so, ey, nehmt das mal auf. Und dann hat er dann angefangen aufzunehmen bei drei, dann habe ich vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und ich habe bis zum zehnten es geschafft, Leute. Macht das nach. Das ist jetzt eine neue Challenge, Leute. Und wenn ihr es schafft, schickt mir ein Video. Was haltet ihr hier von Ladykiller und der süßen Schreibweise? Ich liebe es einfach in der Türkei, Leute. Einfach nur süß. Ich muss aber jetzt so drauf achten. Was passiert hier, Alter? Aum ab, Alter. So, Leute, der Abend ist zu Ende. Ich war jetzt nochmal kurz im Hotel. Also mein Papa und meine Brüder und so sind ja einen Tag nach uns gekommen und haben meine Klamotten hier mitgebracht und eine Bestellung, die zu spät ankam. Ich habe jetzt abgeholt und gehe jetzt ins Auto. Und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017